so da wären wir wieder und wir wollten jetzt nach oben meine truhe kaputt machen richtig ich glaube schon ja hier ging es zum drakel da wollen wir nicht hin wir wollen was sagt die karte darum 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 bis dahinten okay auch wenn ich dann noch mindestens zweimal auf die karte gucken werde aber so eine ungefähre richtung habe ich jetzt drin so fast geschafft und ich habe ganz vergessen ja gar nicht ich dachte jetzt durch das laden von dem speicherstand wäre die fallgrube wieder resettet worden aber dem ist wohl nicht so dass wir könnten ein problem haben was macht der knopf da so das war schlüsselloch ich habe ja immer noch den verdacht dass hier unten irgendwo ein knopf ist jemand drücken konnte wo wir nicht wussten was er macht und der oben die fallgrube resettet hat da wollen wir nicht lang da wollen lang da ging es hoch da haben wir einen knopf aber der hatte nur hier die wand aufgemacht keine lust mehr hier schwer zu kämpfen ich will truhen kaputt machen so wer wieder hier ist da vielleicht irgendwo ein schalter also klick klick und jetzt müsste die fallgrube an der richtigen ecke sein da müssen wir rum also laufen einfach einmal im kreis und tricksen so die bienen aus so fallgrube ist da an ecke jetzt können wir zum zweiten mal zu der truhe war das die crash und bitte lass jetzt da irgendein trinket drin sein ein helm ist schon mal gut eine einfrierschrift rolle das ist auch sehr schick neue zauber sprüche sind immer toll ein juwelenbesetzter dolch das ist doch eine schöne opfergabe das probieren wir doch sofort mal aus wieder an den bienen vorbei alle kommen wir den tauschbuch ausprobieren zack und es ist flächenschaden sehr schön damit können wir die ganzen monstergruppen auf einmal angreifen wenn es nur einzelne monster sind dann benutzen wir den stromschlag sobald mehrere sind das einfrieren so beim roten schlüssel durch müsste es hier gleich runter gehen eigentlich da ging es runter und dann gucken wir doch mal was das trage uns zu sagen hat warum kam da gerade ein feuerbein geflogen das ist jetzt ein wenig irritierend es könnte noch sein dass er vom letzten mal über ist sozusagen aber na gut weiter an den ganzen fallen vorbei die wir schon ausgelöst haben so rasen wir gleich in die schatzkammer und hoffen das beste sehr schön ha Bacata meint wohl wir könnten gleich das elixier abholen gucken wir mal hi i'm laura from grisble where do i go now when your companions are finished you shall wait here we are seeking a cure for king richard of gladstone i am aware of that the master has spoken if you want more information you must present another gift i say could you be a bit more specific the master has spoken if you want more information you must present another gift no i will answer that query fate has condemned me to this course and along its path i must tread you must obtain four special trophies first you must butcher the creature whose flesh has never lived next you must see the sweetness of your enemy the third ingredient must be collected from the deadly depths last day you will need powders taken from the heart of your mother this has been inscribed in the scroll for you thank you well so long laura best of luck to you thank you very much for your assistance all grisble owes you a debt of gratitude for leading me through those dreadful caves the master has spoken you must leave now hm also dieser Handlanger vor dem Draakel ist ganz schön dreist aber na gut wir haben jetzt unseren dritten NPC verloren was schade ist aber kann man nichts machen ähm okay wir wurden wohl gerade rausgekickt und die Tür hinter sich verschlossen äh aber gut wir haben jetzt hier eine Rätsel Schriftrolle first you must butcher the creature whose flesh is never lived next you must see this okay also vier Zutaten bad luck I presume we'll have to unravel the Draakel's riddle before we can assemble any of the ingredients let's return to Gladstone maybe one of the council can figure this out ja also Akshay ist der Meinung wir sollten erstmal nach Gladstone gehen dass dort jemand das Rätsel löst obwohl wir das vielleicht auch selber schaffen könnten aber gut wir sollten so oder so erstmal dem König berichten äh besser gesagt Dawn berichten was hier vorwärts äh vorgefallen ist klick wo sind wir überhaupt oh wir sind fast am Eingang schön schön ich hab mir auch schon eine kurze Notiz gemacht was wir denn alles brauchen also ein paar Sachen davon sind recht nahe liegen was es sein könnte wie zum Beispiel die Süße des Gegners das hört sich nach irgendwie Blut oder irgendeiner anderen Ingredienz von einem Gegner an und irgendwo aus den Tiefen müssen wir halt einen Ort finden der recht tief gelegen ist irgendwelche Höhlen oder Minen was haben wir noch Fleisch das niemals lebte das könnte irgendeine nicht lebendige Kreatur sein also ein Kohlem zum Beispiel hm oh was hat uns da äh heilen da geht's raus also genau da wo die beiden Jungs im Weg sind äh einfrieren ja der Zauber ist echt schick so jetzt aber schön zum Eingang äh äh wieder rein da kam gerade eine Horde Orksons entgegen gestürmt das muss nicht unbedingt sein also machen wir das alte Sterbe- und Wiederbleb-Spiel so das war ein bisschen zu knapp äh ach warum hab ich ihn jetzt geheilt na gut ähm ich kann nicht mehr ruhen was soll das denn na gut dauerte nicht lange währenddessen kann ja mal ein bisschen das Inventar sortieren wir sollten wir sollten unbedingt ein paar Sachen verkaufen gehen wir haben so viel Zeug dass wir nicht mehr wirklich brauchen oder die ganzen Waffen zum Beispiel und auch noch einen Lederwamst haben wir über und oh den Helm haben wir noch gar nicht aufgesetzt fällt mir grad so auf achso er hat schon einen Helm und er auch ähm ja das heißt der könnte auch verkauft werden und ich glaube ich gebe aktuell mal die Armbrost obwohl nicht erst macht er sein Camper-Level noch zu Ende auf 3 und dann kann er Gauna-Level trainieren so noch mal schlafen und jetzt kümmern wir uns um die Orcs genau ah jede Menge Waffen dabei die können wir auch alle verkaufen komisch dass letztes Mal die Orcs nicht so viele Gegenstände dabei hatten wir haben schon zu viele Gegenstände oh Timothys Geldbeutel hatten die dabei das äh verspricht nichts Gutes wir mal den Streit kommen lassen den hier obwohl ne einen Stein können wir lieber da lassen so das ist Ackshell Gladstone hat Skotia und die Dark Army haben den Richard den den Schrauben wir haben den Elixir oder eine Recipe die die Idee mit die Ja, die Ereignisse überschlagen sich gerade. Also, der König wurde entführt und wir sollen den Rat suchen. Der Rat sind halt die vier Magier, die zusammen diese Hülle für den König gebaut haben. Das war der Kräuterhändler aus Glatstone, das war der Schatzmeister, das war Dorne selbst und irgendein etwas pummeliger Kerl, der recht draufgängerisch drauf war, der wollte in die Urbe schmieden. Und Bacard hat vorgeschlagen, wir sollen jetzt seine Herren, also Dorne, in den Opinwald folgen. Und der ist hinter dem Schaudersee, der Schaudersee wäre da unten. Wir können aber ganz kurz mal gucken, was in Glatstone vor sich geht. Ob wir da vielleicht noch irgendwas retten können. Naja, das sieht nicht gut aus. Das ist zu gefährlich, meint er. Soviel zu der Idee, unsere Sachen da zu verkaufen. Aber das ist wohl das geringste unserer Probleme. Also, schau da sie. Was war das? Ich glaube, es gibt jemanden in den Küchen, da. Ockshell, Bacard, Dark Soldaten überall. Wir wissen, Timothy hat uns gesagt, dass die Atacke auf Glatstone war. Wir suchen einen Boot, der uns zu fahren. Glück für dich. Der gleiche Boot, der Don kam gerade zurück. Geh hier, der Boot wird sich sicher. Du kommst mit uns? Nein, Viktor kann nicht gehen. Wir müssen hier einstellen, hier zu erstellen. Du bist in Wiedelstädter in ein paar Tagen. Look für mich, no? Gut, Glück. Hier, vielleicht du das. Nein! Danke, Viktor. So, ein neues Schwert haben wir bekommen, das probieren wir gleich mal aus. Das ist aber nicht wirklich besser als das, was wir haben. So, also, wir sollen jetzt den Schmied in Eivill treffen, wo auch immer Eivill genau ist. Und die Mistress Dawn hat sich mit irgendeinem Typen in einem Wagen getroffen. Das klingt ja auch recht kurios, aber na gut, speichern wir erstmal ab. LP 08 und bis gleich.